Herzlich Willkommen zu dem Winterspiel. Wir wollen die Vorweihnachtszeit uns ein wenig vertreiben mit ein paar lustigen Spielchen. Es sieht so aus, dass das erste Spiel daraus besteht, dass du, Markus, anfangen darfst und einem Spieler der gegnerischen Partei einfach was aus dieser Kiste aussuchst. Und diesen Gegenstand müsst ihr bitte während des gesamten Wettkampfs anhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020